Wunderschönen guten Morgen meinen lieben YouTuber und willkommen auf meinen Kanal PeterRockeBilly1950 Ja, gerade aufgestanden, hab hier noch meinen Kaffee, ein bisschen noch was drin, will doch noch erstmal was essen In diesem Video geht es darum, von den netten Herren aus Ebay Kleinanzeigen, den ich jetzt persönlich nicht kenne Aber von dem ich diesen gebrauchten Auspuff für meine Simson gekauft habe, dadurch sind wir ja in Kontakt Und haben auch zwischendurch mal miteinander geschrieben, total sympathisch, netter Mensch Und dieser sogenannte nette Mensch hat jetzt nicht mehr einen Auspuff zu verkaufen Bei dem habe ich ja schon gekauft, nein, er hat genau den gleichen Roller, Simson Star SRA50 mit Papiere und mit Bedienungsanleitung, Betriebsanleitung Ja, er hat mir ein kurzes Video geschickt, dass das Ding auch läuft Es ist genau das gleiche Ding, was ich auch habe, Simson Star SRA50 Es ist halt nur in Rot Aber der Eindruck, finde ich, ist super Noch komplett mit allen originalen Aufklebern drauf Sehr, sehr wenig Laufleistung Ja, über den Preis Da müsstet ihr mich anschreiben Wir werden dann E-Mail schicken Und ich würde euch dann seine Telefonnummer weitergeben Damit ihr ihn dann kontaktieren könnt Dass ihr Interesse habt Ja Dann würde ich sagen Ich lade jetzt noch gleich kurz ein kurzes Shorts Video hoch Was der nette Herr Mir geschickt hat Ich selber, ich würde den auch gerne nehmen Ich kann mir aber leider Gottes Keinen Zweiten leisten Und fahren kann ich sowieso nur einen Und deswegen Ja Einfach mir dann mal eine E-Mail schreiben Wer Interesse an den Genau dem gleichen Roller hat wie mein Nur in Rot Er möge mir bitte eine E-Mail schreiben Oder unter die Kommentare Seine Telefonnummer da lassen Dann rufe ich sofort an Und versuche einen Kontakt herzustellen Wie gesagt, wenig Laufleistung und läuft Aber das Video lade ich jetzt gleich hoch Also Seid gespannt Bis gleich Euer Peter Ruckebilli Tschüss